Morgen ist Freitag der 13. und diesen Tag sollten sich alle Horror- und Filmfans rot im Kalender anstreichen. Für die meisten ist das ja ein Unglückstag, für uns Horror- und Filmfans natürlich ein Feiertag. Und passend zu diesem Feiertag wird es das nächste super duper monstermäßige Filmpaket zum Verschenken geben. Natürlich alles nur voller Horror-Filme auf DVD, Blu-ray und die ein oder andere Sonderedition ist auch dabei. Also merkt euch das schon mal vor. Jetzt gucken wir aber an, wen dieser Stapel Blu-ray-Action-Filme gibt. Und hier sollte man sich eintragen in den Kommentaren mit dem Hashtag Action. Ich habe soeben alle Kommentare freigegeben. Wir gehen hier auf Überprüfung ausstehend. Da ist nichts mehr. Unbeantwortete, veröffentlichte Kommentare haben wir auch. Nichts mehr. Lade das nochmal. Und dann sehen wir hier die ganzen Kommentare. Es waren richtig, richtig viele Kommentare mit dabei. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich an alle, die hier etwas beigesteuert haben. Herzlichen Dank von der Community, für die Community. Und jetzt gucken wir mal an, wen aus der Community das Ganze hier gehen wird. Dann gehen wir mal hier hin. Hauen den Link rein. Dann gucken wir, dass wir den Hashtag auch eingeben werden. Das ist Action. Und Kommentare haben wir hier. Hundertfünf. Okay. Okay, okay, okay. Also großes Interesse an den Testosteron-Filmen. Und ich drücke euch jetzt die Daumen. Und der Winner ist... Shisha Palace. Danke für das nette Gewinnspiel. Ob das gut geht mit Sprite? Ja, ich habe ja hier eine Sprite-Challenge auf meinem Zweitkanal gemacht. Und die macht auch sonst überall im Netz die Runde. Wenn ihr Bock habt, guckt da gerne hin. Shisha Palace. Herzlichen Glückwunsch. Melde dich bitte bei mir per E-Mail. Und dann lasse ich dir deinen Gewinn hier dieses Paket zeitnah zugucken. An alle anderen. Save the date. Morgen, Freitag, der 13. Gezweite. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.